Hallo, mein Name ist Stefan Peter von der Firma Thomosektronik und willkommen auf der Panasonic Convention 2017 in Frankfurt. Diese Serie, das ist dann der TX55EZW 954, gibt es dann auch in 65 Zoll. Also TX65EZW C04. Natürlich ausgestattet mit allen Extras, die man vorstellen kann. Einmal der HCX2 Prozessor, der wie gesagt für die geniale Farbterstellung da ist. Und dann auch mit dem Game-Mode für die Profi-Spieler unter euch, die eine Playstation oder auch eine Xbox anschließen möchten. Hier auch wiederum die Geschwindigkeit um 50% verbessert. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank an die Ingenieure von Panasonic, die sich tatsächlich ein paar Gedanken gemacht haben. Aber das konnte man nicht alles erwarten. Das ist man auch so gewohnt von den Leuten. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf heutzutage, ist HDR und HLG. HDR ist High Dynamic Range. Das befindet sich auf entsprechenden 4K Blu-rays. So erreicht man extreme Helligkeitswerte. Es ist eine Wahnsinnsdynamik dann darauf zu erkennen. Und HLG, das ist dann für Broadcast, sprich das ist das, was von den Sendeanstalten dann gesendet wird, welches dann an gewissen Normen entspricht. So dass halt eben dieser Fernseher dementsprechend auch damit umgehen kann, um auch die Helligkeitsspitzen auch zu erreichen. Ja, also ich hoffe, das war ein kleiner Einblick in diese OLED-Serie. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr natürlich immer auf uns zurückkommen unter 040 41 00 45 40. Kontaktiert uns telefonisch oder per E-Mail unter shop at thomas-elektronik.de. Ja, bye bye. Die Sendung wurde live untertitelt 磊. Untertitelung des ZDF, 2020